Peggy 18 Jo, Willkommen zurück zu Dead Island Ich möchte kurz noch was sagen, Dummer Ja Kannst du das auch? Was kann ich machen? Du das auch kannst, das hier Slow motion Ja, kannst du das auch? Nein, ich hab ja auch keinen Controller von mir Ha 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 So, ich bin mal gespannt Vielleicht bist du das auch mit dem Rauch Ist da bei dir auch so verwechselt, wenn du durchs Gitter guckst Ja, also von hier aus, da vorne ist von... Ja, irgendwie, scheiße Wird wir da reingucken? Ist auch egal Wo ist er überhaupt hin? Achso, ja Geradeaus Nix Ne, da können wir nicht hin Doch, hier müssen wir da Ja, da, aber nicht hinter mir Hallo Bese still Ey Oha Ich baue die Sau Der lebt, der lebt, der lebt, der lebt Doch, sag ich doch Ja, was? Ich hab ihn zum Leben erweckt Und dann ist er wieder gestoppen Achja Achja Mach stark still Mach stark still Mach mal dein Baulu, blöds Achja Oh, von rechts kommt noch welche Okay, gehen wir in Deckung Wuhu Wuhu Oh Geil Double kill Der hat der war cool, ey Der rennt davor und Oh Double kill Der lebt noch Zwei der coolsten Kills hier Aber ist jetzt... ich weiß Ach, mit L bin ich Ja Warte mal, ich hau der Kuss Ja Du Arsch Tot Was? Bist du mal... äh, hallo? Bist du mal hier lang? Ja Ja Achtung Öh Okay Oh, nee Rainer Kallmund Ja, war egal Da Du, der hat aber abgenommen, oder? Aua LOL Blöde Stück Oh Warte Oh, der hat noch eine früchte Aussprache, du Doh, was das jetzt werden? Ja Geht 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 Das war er Warte, warum? Und, das gefällt mir alles nicht Das gefällt mir alle nicht Alle nicht ich hab sie wohl unser auto ich hab's gefunden unser auto ich habe einen schlüssel wir haben keine schlüssel das war klar die frau ist auch zu blöde menschen ich hoffe ich habe Alkohol wurde gepresst Oh daneben Aufzeichnung, ich hab ne Aufzeichnung gefunden ok oh oh hier war gerade einer am Maschen oh oh hier ist bestimmt wieder Sonn hallo oh wie viel ist denn hier ach so das ist gut das bist du das bist du ach da hallo guck mal der Bosspolizei der her oh pass auf bum bum man hallo oh oh raus geh doch raus du kommst hier nicht raus geh weg da ja komm machen wir da oder auch nicht ist dein Messer im Arsch hallo ich bin go go oh 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 verdammt oh 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 ne ist das ding vielleicht nicht doch aktiv oder so hast du die trägt das geld ich habe jetzt zwei pistolen ja um den zu retten müssen müssen wir schlüssel finden wo sind die denn wohl schaden anrichten standard wieder ein paar am frühstücken ja ich will doch nur die munition freunde will ich doch was hier los ich habe einen gefunden und das schlüssel ich habe der tote ich habe bild gefunden aber er will nicht mit uns reden so wie es aussieht was hast du denn jetzt schon wieder an polizei punkts warum sag ich gerade punkts das stimmt doch gar nicht ich komm oh hallo ist auch deine knarre hallo was willst du denn warte ich versuche jetzt sein arsch werden die schießen die schütten schießen wo bist du denn hier hinten hier ja ich habe vor dem stoff stoß regelwerk gefunden ich habe eine maklum gefunden wo hast du ich will doch nur die munition haben ich habe so ein scheiß revolver was anderes habe ich nicht alter macht mein ding der menschen ich habe nur scheiß revolver na soviel oh das war was das war ein headshot ein deo habe ich gefunden oh kraften für tot 3 oh fuck alter ja lass dir Zeit ja wo ist bohr ich denn alter ja geil ganz am anfang ich komme erst mal wieder ein bisschen ich muss erst mal wieder ein bisschen laufen alter du schießt alter jetzt jetzt falle so durch den arsch birdman du blödstück scheiße du was willst du überhaupt nein, halt weg noch ein ausweis ich bin ah gut die war nicht ach man 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 das war ein langer Weg bin hier ich brauche mal eben was zu snacken hier ja ich verstehe immer nicht warum wir diese ich verstehe immer nicht warum wir diese oh doch ich habe, ok meine muni ist wieder voll müssen wir hier hoch? ja pass auf oh hallo ich gucke gerade wo ich ja ok dann noch ein ab der hat irgendwas mit seinen Beinen Beinschmerzen oder so hey die sind Dreckswaffe ey ah scheiße ok da müssen wir jetzt anscheinend mit bisschen rumballern geht ja nicht anders ich hab nur so ne scheiße ich hab nur so ne scheiße ich hab nur so ne scheiße 1385 Headshot so du Penner ein hab ich du Penner ein hab ich BAM 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 Hedgehot geil ja geil halt ok da geht es gut hallo wie man zuhause oh Alkohol oh warte denn hast du was gefunden? will einer mit dir kämpfen? ja aber ich trete ihn gerade weil ich nichts anderes habe snack oh der Typ braucht echt Fingerfertigkeit wo willst du hin? komm zurück oooh war klar ok ich trete ihn jetzt wenn du gut ich hoffe du nicht wechseln ja du hast ihn wiederbelebt oh du bist doch dumm 10 bis 12 cool mann du bist ein Esel ne eigentlich nicht das wüsste ich aber doch doch oh wie ich denn? halt still kriegst du einen E-Shot? ja ja halt still kriegst du einen E-Shot alter der Kassi oh geil wer hättest was kassieren die denn? 9 Pistole Polizio oh 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 ja ja ist logisch oh oh ein großer Raum mit ganz vielen Leuten drin ja das war klar hast du einen Lothoff? ja boah ich bin zum Lothoff hallo ok verworben Feuerstoßgewehr ist ja nicht schlecht sollte ich vielleicht mal rein töten das war's ja das war's das war's und dann nehmen wir Schuss oder was? nein ich hab getroffen nein ich hab getroffen ah cool wieso wechselst du deine knarre deinen komischen Volver eigentlich nicht? hab ich doch bam Headshot noch ein Headshot wie meinst du warum wechselst du? ich hab doch den Volver gewechselt also gegen? gegen das Feuerstoßgewehr dann lauf mal kurz zurück und hol dir eine normale was ist jetzt los hallo wie viel Macht denn deiner? deinen Dings äh meine macht ich hatte die schon aufgewertet meine macht äh 134 plus 137 äh 234 plus 137 so ist es meine auch 436 der Revolver ja aber er hat natürlich nicht äh Feuerwiederholung also Schussrate ja das ist scheiße der hat ein Gewehrbe-Tief der hat ein Stellschuss äh der hat ein Stellschuss der Tief hat ein Stellschuss der hat ein Stellschuss soo man der Part ist immer länger egal das ist auch ein Special fertig wieso auch? Alter hau ab war der andere nicht länger? also auch nein nicht wirklich Alter ich glaub es nackt nicht oh das ist schon dort ich glaub es nackt nicht ich glaub es nackt nicht schwere automatisch schweres automatisches Gewehr jawoll loll oh lol was soll das jetzt? jetzt hab ich meine Pistole dafür weggeworfen oder was? eyy nimmst aus dem Bissi dumme Hore ich wollte, um zu helfen ich trage mich ich wollte, um zu helfen ich wollte, um zu helfen ich trage mich ich trage mich ja ja wir bringen dich hier raus du kannst hier raus wo ich würde sagen nach der Filmsequenz können wir ja ähm tauchen die Scheibe hat eh noch keine Scheibe das ist genau warum sie nicht mit uns die Scheibe 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 von der Filmsequenz die Scheibe Ich hoffe ich will sie, sonst kriegt sie ganz Messerkopf, ne? Ja, ja. Messerfeet Kopf. Sonst steckt mein Messer in ihrem Kopf und wir sind jetzt gerade ganz schön... Scheiße man, wir müssen da nochmal rein, ey. Das ist die Kampfströmung analog, um ein realistisches Spielgefühl zu entwickeln, haha. Ey, scheiße, können wir da nochmal rein, oder was? Ich glaube nicht, können wir mit der Karre fahren. Scheiße, aber ich hab jetzt... Fuck. Level Up! Standardmäßige Pistole... Ne, geil, ich hab meine Pistole noch, ich hab meine Pistole noch... Oh, Glück habe. Geil, ich hab meine Pistole noch unter das Schnellschussgewehr habe ich. Ne AK. Ey, voll scheiße, warum ist das denn automatisch weitergegangen? Ne AK-74. Aber... Ja, ich weiß nicht, hast du irgendwas verloren, oder was? Ich hab nix gemacht. So Leute, also Link zum letzten Part und zum nächsten Part unten in der Beschreibung. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.